hallo herzlich willkommen youtube und herzlich willkommen zu der runde twice mit robert ja liebe freunde twice fusion wieder am schnitzel die diese wir haben nur vier maps dadurch sind die folge natürlich ein bisschen kürzer ja aber auch ein bisschen schnuckeliger und damit die chancen habe das ding zu gewinnen war das bin einfach mal weggelassen so ein trauma oder nein aber es hat mich schon überrascht aber gut ich bin ja ich zog halt gar nicht außer in den aufnahmen ja das stimmt deswegen es hat wie gesagt es hat mich überrascht aber trauma würde ich jetzt auf gar keinen fall nennen nein bin ja ein gönner man geht die großzügige robert man kennt ihn ja nicht hoher hoher man endlich mal hindernisse nein hier und dieses auto mit der runde zu hallo sagt mega lauter nein ja da macht der robert die meter hier da macht der robert die meter und ich komme nicht hinterher mann das heißt ja nichts bei uns ja siehst du da ist ja schon dran trotzdem muss man sagen je länger man einem hindernis ist so irgendwann kann irgendwann kann man es ja ich glaube nicht dass du das jetzt sagen wolltest aber doch es geht ja auch um zu verstehen weiß jetzt nicht wie ich das sprichwort was man nicht im kopf hat muss man den bein haben hier auch übertragen kann aber muss man im gas anhaben du bist so eine vorzahl macht er die meter 0,4 sekunden 0,6 sekunden ja bonn lachs egal punkt gleich das ist auch meine fehler so ding 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 ich habe nicht gesehen dass du da so kommst also das hätte ich nicht schon geschossen davor aber aber ja warum bin ich so mit dem rat reingewollakt habe ich noch extra so ich habe extra ausgabe damit mehr luft in meiner nase ist damit schwerer ist vorne ich habe noch gefurrt damit von hinten mehr boost ist das ist das entscheidende gewesen aha oh what the fuck hä oh ist das hart das ist die woanders gehen war also macht hat okay die ist extrem richtig die andere war auch extrem ist also verschieden extremen und lachs ich wer hier drüber ist hat er gewonnen unten geht nicht so wenn ich da nicht so abdopsen würde von dem ding na Das war's. Was machst du denn da? Warum fährst du mal runter? Weil du unten lang musst, Mann! Ernst? Ja, Mann! Alter! Hauptsache, du sagst es nicht so fick, Alter! Ja, kannst du in der Aufnahme mal anhören, weil ich da sage... Ach, ich war gemutet, ach, ärgerlich! Hm, fick dich! So eine Fotze bist du? Ich habe mir ja gesagt, dass du unten lang musst. Du hast gefragt, dann habe ich es gesagt. Ich habe es ja ausprobiert und dann war da ein No-Bike-Zeichen. Aber ich habe nicht gecheckt, dass du da drüber springen sollst. Und ich versuche da oben drüber die ganze Zeit, du Arsch! War dumm, ne? Ne, nicht dumm, das ist einfach... Alles klar, aber ich weiß jetzt, wo wir stehen. Ich weiß jetzt, wo er steht. Du weißt aber, twice heute die Freundschaft, kurz auf! Wie lange... Wie konntest du nur so lange brauchen dabei, bitte? Ich musste auch hart lachen, irgendwie so innerlich. Und ich habe mir gedacht, du siehst doch, dass ich die ganze Zeit das unten versuche. Ja, ich habe mir dann gedacht, Alter, warum sehe ich deinen Schatten nie da oben? Ohne Scheiß, und ich habe es fast oben drüber geschafft, ne? Nichts. Ja. Oh, ein Wille, da auch ein Weg. Oh, ein langer Ding. Oh, shit. Oh, nee. Digga, und ein Zahn hierhin? Ja, ja. Dann mach erst mal zwei Minuten da dummes Vorfahren gegen die Wand. Ja, ja, ja. Ei, ei, ei. Na, Maßanfertigung hier. Oh, der hat aber Spaß gehabt hier an den Dingern, ey. Mann! Ohne Witz, ey. So, bitte? Der hat Spaß gehabt, die Dinger flach zu bauen, weil du mit dem Kopf nicht durchkommst, Alter. Oh. Wo hängst du? Wird es beschreiben. Da, wo man sich den Kopf stoßen kann. Ja, kommen noch mehrere. Ich fahre ins Ziel, du Ficker. Oder schieß dich auch, geht auch. Oh, der schieß dich auch. Ja, da musst du ein bisschen Gefühl haben, Brolle, ne? Da brauchst du Gefühl. Na, untenrum. Schieß dich auf dem Schild. Auf dem Schild, Amana-Käum. Amana-Käum sind's. Alleine, wie der Controller weggelegt wird. Kennst du, kennst du die Map? Hä? Ne. Ob du die Map kennst, okay. Ich würde das, ich wäre das gerne mal hart gefahren. Ich hätte es einfach unten nochmal probieren sollen, anstatt nach dem ersten Mal, als ich da gehandelt bin. Weißt du, warum ich unten langgefahren bin? Ja, aber okay, wir halten die Fresse. Pass auf. Pass auf, du hast mich gefragt, wie soll das gehen? Daraufhin habe ich gesagt, untenrum. Weil ich dir nicht, bevor du fragst, sagst du, wie ich gehen soll. Ja, tut mir leid, ich dachte, wir fahren das Ding hier zusammen. Ach so. Was hätten gerne die Zuschauer? Ja. Also hier, bei dem Hindernis, Robert, musst du hochfahren. Halt dein Maul. Also hier, bei dem Hindernis, Robert, musst du hochfahren, bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin. Da sieht man halt, der Robert ist halt trainiert da. Hat er mir nicht gesagt, dass man hier hochfahren muss. Brauchst du es jetzt auch gar nichts lächerliches, Junge? Ach doch, das mache ich aber gerne. Ich weiß. Brauchst du aber nicht, ist unnötig, weil die Drecksmap nicht so eindeutig war, als ob man da jetzt nicht hätte drüber kommen können. Das stimmt. Wie, wie geht es doch gar nicht. Ja, wie geht es doch gar nicht. Wie geht es Gott. Wie geht es doch gar nicht. so ne scheiß nein leider nicht ehrenlos ich wusste dass ich da nicht mehr drüber kommen habe ich gesagt komm schießt du dich mal nicht so der geht ja weit der könnte reichen aber noch wenn ihr jetzt gewinnt hat er mal wenn ich bin wir jetzt gewinnt und ich nicht reinkommen was am baul halten habe ich gesagt hobby schon wieder so ein anspannungshindernis wo sich einfach seine nackenmuskulatur verkrampft wenn du ein bisschen zurück fährst hast du mehr speed freu ich nicht so für anfänger aber gut dass du wieder am cheaten bist und das seht ihr freunde da sagt man es ihm wie wie es einfacher geht und dann ne brauche ich nicht warum bist du dann eben nicht oben rum gefahren weil ich dachte es ist eine extremen map und keine lulli map wo du unten rum fahren musst wie sieht das Da hast du gute Chancen jetzt hier. Oh nein, verkackt. Ich weiß einfach, wie ausgebildet wir sind, wir sind auf der gleichen Höhe, gleiche Fehlerzahl. Ja, gleich dumme Fehler. Nein! Nein! Okay. Okay. ja nein alter du bist so der ehrenloseste schwein überhaupt ja wenn es sich freut hättet ihr euch geschossen bin ja daumen hoch wenn nein daumen runter tut mir leid dass du jetzt das schlecht bewertete video in einem ganzen leben haben wir es definitiv nein da die echt alles auch so ehrenlose dinge das glaube ich nicht ich glaube an die community dislike dieses video dislike ist egal ob man likt oder dislike den bei youtube übrigens das wird einfach trotzdem immer gut hauptsache zwischen jetzt kann aus wie wählen geht immer wählen